Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, da sag ich sowieso gleich die Intro Begrüßung, aber erstmal, ich bin ein bisschen krank, das hört man vielleicht, aber wir haben uns ja mega lange hier nicht getroffen auf YouTube, Leute, erstmal hi, was geht ab, die meisten haben mich noch auf Snapchat verfolgt, übrigens, wenn ihr mich echt verfolgt mit richtig behinderten Stories, manche sagen echt, ich hab einfach kein Leben, weil ich manchmal auf Snapchat echt mega behindert bin, äh, dann folgt mir einfach auf Snapchat, das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, dass ich jetzt sofort so nach Follower battle, aber mir schreiben halt viel auf Instagram und bla 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 auf Twitter, so, wo ich denn bin, ob ich genauso tot bin wie andere YouTuber, und wenn ihr mich auf Snapchat habt, habt ihr jeden Tag eine Story, die angeblich so gut sein sollen, dass sie es lohnt, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich halt manchmal echt meine 5 Minuten hab, aber ansonsten, äh, wünsche ich euch viel Spaß und Best of von H1Z1, das ist so ein Zombiespiel, wer es nicht kennt, äh, mm, 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 ist so ein bisschen wie Hunger Games, ansonsten kann ich jetzt nicht mehr reden, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem Video, auch wenn das nur 3 Runden waren, wo wir voll gefailt haben, also nicht ganz, aber ihr seht es schon, ja, ihr seht es schon, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und lasst mich wieder ein bisschen in YouTube reinkommen, weil ich bin noch nicht so gut im Streit, also das Schneiden, und so, das muss alles mal wieder, äh, aufgefrischt werden, also, wir sehen uns beim nächsten Mal, hau rein und, äh, pfff. Hallo und herzlich willkommen zu dem Video auf meinem Kanal, meinem ist Kilian Anker, klicke euch in den Kologen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, und, äh, oh mein Gott, hier ist es klar, na, ok, und den nächsten Satz schneide ich einfach zusammen, sag ich in 3 Jahren, äh, ach ja, genau, äh, ich zock hier gerade mit, äh, Yalte, das ist, glaube ich, ne, das ist mich nicht, ja, das ist, äh, der mit dem grünen Pfeil, und der mit, äh, Mika oder Kevin, das hat er, das ist der gelbe, und, äh, ja, wir ficken halt ein paar Gegner, zu Tode, äh, ja, übrigens nicht schon, äh, hier liegen zwei Shotguns, ne, mit Muni, So in den Mund liegt er jetzt noch nicht mehr, ha, 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 Ich kann dich nicht retten jetzt, aber ne Akadi kann uns retten. Alter, Yalte, du bist... Yalte, du bist Ledger, der schlechteste Maid der Welt. Ohne Nutz. Du kannst nichts. Hör auf PC zu spielen. Mach englisch aus Aufgaben. Du kannst nichts, Alter. Was ist denn? Ich stirb dir jetzt an einem Fall von Tod. Ihr seid hinter mir, ne? Der Faust war auf der Ecke in den rechten Kurven. Oh, keine Ahnung was du meinst, aber ich fliege da nicht los. Ich war Kilian, scheiß auf ihr, Alter. Der scheiß auf dich, scheiß auf dein Leben, Mann. Ja, Kilian ist halt der bessere Team-Mate. So, Alter, der dann auch Kontakung gibt, ne, Alter? Der nicht immer wieder Kars sucht und dann nichts macht. Alter, kommt her, ihr kleinen Motherfuckers. Ich werde... ich will nicht den... Ja. Natürlich werde ich getroffen, was ist das? Wieso haben die so gutes Aim? Hier bist du jetzt AirDrop oder nicht? Also BulletDrop. Sag mal, wenn ich zäger unter denen bin. Er ist hier, er ist hinter mir. Hä, wie kommt der da hin, Alter? Vor allem, warum hat der volles Leben? Ich habe ihn noch gehittet, Mann. Alter, das ist so ein Bullshit. Ich habe das Spiel gelassen. Hast du echt? Warum? Ja, ich könnte noch was einstellen lassen. Ey, du musst ja mehr einstellen, als... ...jemand, der als Einsteller arbeitet. Okay, das war schlecht, aber trotzdem. Nicht witzig, nein. Klink, du solltest echt mal an deiner Einstellung arbeiten. Ich glaube, dafür sind wir im falschen Setting. Nein, Mann. Das war sehr halblich. Okay. Okay. Du weißt, was jetzt im Video kommt, ne? Nein? Okay, dann nicht. Ne, das kommt ganz sicher, ne? Oder doch. Oder nicht. Na, na, na. Na, na. Sonst macht nochmal eine Runde zu zweit. Ich finde grad die Einstellung nicht. Ey, ihr seid solche inkompetenten Spasten, weißt? Ja, wenn man einmal ein YouTube-Video aufnehmen. Aber ne, ne, Solo-Zucken werde ich schon längst fertig beim Aufnehmen, Alter. No joke, das ist ein Bullshit-Todes hier. Ey, zu Eichel, Micah, zu Eichel. Ja, ich bin bei der Eichel. Nicht zu Eichel. Alle sind bei der Eichel. Oh, shit. Ich versteck mich einfach hier. Ich versteck mich hier. Ich bin hier oben bei so einem Camp oder so. Komm einfach da hin oder so. Oh, ich hab ne Karte gefunden, Micah. Als Hauptsache. Ey, ich war hier. Wo seid ihr auf der Karte? Sag mal bitte eure Coordination. D5. Und so muss ich nach dem Mauer. Ne, Solo-Springer können nur zwei nach vorne und eine rechts. Dann bin ich halt ein Bauer. Du warst schon immer ein Bauer gewesen. Dann bin ich halt echt ein Bauer. D5. 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 D6. D5. 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 Kommt auf mich zu erschießen, auf mich. Er hat nur eine Pistole, er liegt nicht. Wir sind zwei Kilometer weit von dir weg! Ich weiß halt nicht mehr, wo du bist. Wir sind fast beieinander. Wir sind C6. Ja, ich bin C5, komm zu mir! Ja, als wenn er dich gefolgt. Ich glaub wir jetzt nach Norden laufen. Ja, als er folgt mich in der Dunkel! Ja, ich komme! Ja, Kilian kommt. Los Kilian, save the day. Mach mal den Rucksack. Alter. Hab ich geboxt, hab ich umgeboxt. Ah, man konnte sich sogar von hier sehen. Wollte mich verarschen. Wollte mich verarschen. Wollte mich verarschen. Du hast zwei Meter von uns weg. Ich hab's euch bekommen. Ich hab's euch gesagt, Alter. Ja, den töte ich jetzt aber. Ne, 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 der hat so viel gehittet. Also gefressen. Wir waren halt echt nur zwei Meter von dir weg, Alter. Wo ist der Bastard? Wie geil, Schuh, was ist denn da irgendwo? War da irgendwas im Camp? Aber ich hab den grad eben noch gesehen. Und wo? Ja, hier ist... Ja, hier ist... Der ist ja fast schon weg, oder? Also wir laufen so gesehen in die richtige Richtung. Ich weiß doch, wer irgendwie weggekommen ist. Was ist das? Nicht sicher, Alter. Dass du gesagt hast, dass du schon in der Ehe wirst, haben wir ja easy gekommen. Aber du, nein. Ihr braucht nicht zu mir laufen. Ich bin viel weiter weg. Ja, ich bin C5. Komm zu mir! Ey, den hol ich jetzt, ne? Das hier... Hier wird die alte gerecht, aber sowas von amanokäufisch. Herr Erzahn, der Typ so weit weg ist. Ich hätte jetzt einfach in die andere Richtung gelaufen. Bitte. Du bist so ein Bitch-Pill. Ohhhh. Du musst nicht leben. Es ist Livios. Nein, es ist Livios. Ah! Sorry. War nicht lustig. War nicht lustig? Nein, nicht wirklich. Wie endet so ein perfektes Spiel? Das ist die Frage. Oder Fragen. Das Spiel endet. Ja, und wir treten. So. Yeah.